Was ist deine Erinnerung des Matches für uns? Dieses Match war für uns sehr schwierig. Wir haben 2-3 Punkte verloren. Wir haben 2-3 Punkte verloren. Wir haben 2 Punkte verloren. Wir haben 2 Punkte verloren. Wir sind sehr glücklich, weil wir 9-3 Punkte im World Grand Slam sind sehr wichtig für uns. Wir hoffen, dass wir morgen ein guter Spiel gegen die Brasil-Team Lille Sext. Ist es dein erstes Mal hier in Berlin? Nein, nein, nein. Ich denke, es ist das erste Mal. Gibt es die Location hier in Berlin? Ja, ich mag es. Aber wir haben nicht so viele Zeit. Wir haben nur Spiel, nur Spiel. Und wir sind in unserer Wohnung. Wo ist dein nächster Tour-Stopp? Moskau. Es ist ein Home-Games. Ja, das ist ein Home-Games. Ja, Home-Tour. Okay. Willst du sagen Grüße zu deinen Freundinnen in deinem Sprache? Ja, natürlich. Ich möchte ein Willst du sagen Grüße zu meinem Freundin in meinem Zolotzen. Willst du sagen Grüße zu meinem Freundin? Ich will auch sagen Grüße zu meinem Freundinnen in meinem Freundin. Okay, gut, danke für die Interview. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020